Alles klar, Bibelklar! Alles klar, Bibelklar! In diesem Bibelbuch ist Leben enthalten. Doch dann, muss ich auch sagen, ist dieses Buch für einen fleischlich gesinnten Menschen ein Stein des Anstoßes. Und er wird sich daran stoßen, weil er die Wahrheit, die hierin enthalten ist, nicht auf sich selbst anwenden will oder kann. Es ist ihm unmöglich. Nicht nur, dass die Bibel für ihn völlig unverständlich ist oder das Wort vom Kreuz ist Torheit, Dummheit. Und dann, ich als Christ, was mache ich mit diesem Buch? So intensiv ich mit diesem Buch lebe, möchte ich meinen, so intensiv lebe ich auch tatsächlich mit Gott. Denn es ist seine Offenbarung an mich, die zu verdauen nicht einfach ist. Die, ja, wie ein scharfes Schwert. Dieses scharfe Schwert dringt durch bis zu einer ganz nötigen Trennung von Geist und Fleisch in meinem eigenen Leben. Es schneidet mich auf. Es zeigt wirklich, wie bin ich, wer bin ich, was bin ich, was für Gesinnungen habe ich. Das zeigt mir dieses Buch. Und wenn ich euch nur eins empfehlen kann, lest eure Bibel. Wenn ihr die Bibeln lest, dann ist es kein Buch lesen. Und ich selbst habe schon viele Jahre hindurch, ich lese so gut wie gar keine anderen Bücher, auch keine frommen Bücher. Ich sage das jetzt nicht, dass ihr das auch so hantieren solltet, aber für mich war das mein absoluter Gewinn. Bibel lesen und zwar nicht nur vorzugsweise, sondern primär und zwar lebendig lesen, hinein essen in mein Leben, auf mich und meine Umstände anzuwenden. Und dann sehe ich eigentlich, wenn ein Mensch Probleme hat mit der Bibel, dann hat er auch Probleme mit Gott. Dieses Buch ist geistlich. Es ist geistgemeint, geistgewirkt, voll und ganz inspiriert. Und somit kann es fleischlich gesinnten Menschen nichts bringen. Wenn ich viel die Bibel lese, dann merke ich natürlich schnell, dass viele Dinge in der Bibel stehen, die meinem natürlichen Vorstellung nicht schmackhaft sind. Die Speise, dann sagt er einmal Paulus zur Gemeinde, ihr wollt immer Milch trinken, aber diese feste Speise, die ist euch irgendwie unverdaubar, die mögt ihr gar nicht so. Aber warum? Die Speise aus dem Wort wird mein menschlich, natürliches Wesen angreifen, Ja, vernichten. Denn mit dem Wort kommt auch, dass ich sehe das Kreuz. Das Kreuz. Die schönen Geschichten, oh, die lese ich gern. Zum Beispiel, ja, wunderbar. Ein Volk Israel wird aus Ägypten herausgenommen mit Wundern und Zeichen, wie die da durch das Meer hindurchmarschieren, trockenen Fußes und ihre mörderischen Verfolger kommen um. Ja, das sind Geschichten, erstaunlich, bewundernswert und das erbaut einen, wenn man sich denkt, Gott, wirst du auch mich so herausführen aus dieser Welt und dann kann ich das auf mich anwenden und dann bedeutet das alles für mich so viel Ermutigendes. Doch dann lese ich die Folgegeschichte eines ungehorsamen, widerspenstigen Volkes, die das alles erleben durften und deren Resonanz ihrem Gott gegenüber dermaßen miserabel war, dass ich schier verzweifeln möchte. Ja, wie ist das nur möglich? Die haben so schön angefangen mit Gott und dann vermasseln sie es so schlimm und das stimmt einen traurig und dann sieht man die tragischen Geschichten. Ja, wo David, der junge David, Goliath niedermacht. Oh, erstaunlich, ermutigend. Ja, im Glauben, mit Gott tatentuend. Das ist mir mein Vorbild. Und dann lese ich spätere Geschichten von dem Sündenfall Davids, von seinen Fehlern. Und es ist so schade, so schade. Wie ist das möglich? Wie konnte er solche Dinge machen? Und was für ein nachfolgende, schmerzvolle, tragische Ereignisse hat er selber verschuldet über sein Leben gebracht? Das entmutigt mich dann. Und dann entmutigt es aber nicht meinen Geist. Es entmutigt meine natürlich fleischlich Menschlichkeit. Und das ist ganz wichtig. Auch Jesus selbst, seine Geschichte, beschrieben in den Evangelien, wunderbar, kostbar, seine Wunder, seine Werke, wie er geholfen hat, wie er seine liebende Hände ausgestreckt hat nach Menschen, die ihn dann verlassen, fertig machen, aufs Brutalste vernichten. Was hat Paulus durchgestanden? Und diese Eindrücke von dem Kampf und von den Konfrontationen und von der Härte, was Menschen durchlebten in der Bibel, diese Dinge möchten mich dann natürlich betrachtet entsetzen. Sodass ich fast sagen könnte, wie die Jünger bei einer Gelegenheit haben sich gesagt, ja, aber Herr, wer kann dann überhaupt errettet werden, wenn deine göttlichen Anforderungen so hoch sind und wir menschlich so viel verpatzen und vermasseln. Herr, Gott, wie geht es? Wie funktioniert es? Wo ist die Rettung? Wie gibt es da Rettung? Und dann zu finden, was will mir, der Geist Gottes, anhand dieses scharfen Schwertes, das geht ja aus Jesu Mund, geht das scharfe Schwert und das ist wieder das Wort, ist das Schwert, des Geistes. Es geht aus seinem Munde und er wird richten alle Gedanken und Meinungen meines Herzens, tatsächlich meines Herzens, anhand dieser Überprüfung, wie stehe ich dann zu diesen Geschichten oder wie reagiere ich darauf? Was, was will mir die Bibel übermitteln? Will sie mir nur meine menschlichen Fehler immer nur ankreiden, dass ich nur schrecklich sehe, was bin ich auch für ein Schwächling und wie verfehle ich mich und was für zu kurz kommen habe ich noch? Oh, dass ich einfach den Kopf in den Sand stecken möchte und gar nicht mehr weiß, wie mir geschieht. Oder aber, will mich die Bibel dermaßen in die Enge treiben, dass ich in mir selber aufgeben kann. Bankrott bin in mir selber, um zu sagen, Herr, mein Gott, deine Hilfe ist alles, worauf ich mich verlassen kann. Du selbst, der die Anforderungen an mich stellt, auch in den Gesetzen, der Gesetz der Liebe, wisst ihr, wie unmöglich es ist für einen egoistisch gebolten Menschen, echte Gottesliebe, selbstlose Liebe auszuleben? Wenn ich das tue, dann ist das ein Wunderwerk Gottes.